Aber der platzt ja einfach vor mir. WTF?! Die ist einfach weiter gegangen. Ich behalte jetzt erstmal den Pawnhammer. Das ist wieder so ein Fail, wie ich das letzte Mal habe. Angelegt. 15 Millie? Movement? Uh, oh. Okay, hat eigentlich nur Bullshit getroppt. Das ist mal ne Waffe oder so. Entscheide, dass das Cloud Schwert so scheiße ist. Das müsste das beste sein, das ist okay. Oh, jetzt wäre ich fast in diese scheiß Lava eingeflogen. One hit, lol. Hey, was ist das denn hier? Hm? Jemand, dass hier irgendjemand lange war, dann hat das Ding abgebaut. Das war ich. Merks. Oh, was meinst du jetzt? Was denn für Langeweile? Oder beziehungsweise abgebaut? So ein ganzes Haus in der Hölle. Achso, ja, das war ich. Ich dachte, das war da, als du gesagt hast, baue das und das ab. Und dann habe ich gedacht, du meinst das und das. Du kennst mich doch, ich bin dein André. Die Antwort auf alles Dumme, André. Die Antwort auf alles Dumme, André. Irgendwann schon, ne? André. James, André. Piepst doch. Nein, es geht um eine bestimmte Person. André weiß wahrscheinlich jetzt schon welche. Welche, welche, welche? Dann wollen wir. Weil ich ein Arschloch bin Person. Ah, ich weiß schon was. Das würde ich jetzt nicht unbedingt in der Aufnahme sagen, weil, ich weiß, dass die Fotze dich auch. Ähm, ich meinte, die, die nette Person. Ähm, ich muss den Pass kotzen. Ich muss die Akzenten abonniert hat. Und ich glaube, wenn nicht das jetzt sagt, dann bin ich nachher wieder das Arschloch, deswegen will ich dir das lieber kurz sagen. Schreib's mir in den Chat, damit ich das nachher mal lesen kann. Bevor man das vergessen, ja? Danke. Ey Markus, einfach nur, weil ich ein Arschloch, ok? Ja, ok, mach ich, mehr muss man dazu nicht sagen, weiter los ist es wird ganz schnell schnell erzählt und schreibt mir danach noch was abging ich glaube auch jetzt wird er mit es ist es nicht es wird nicht und ich hätte schanke fälle zählen sein es mag es auch noch schnell diese musik so haben sie mich verlassen über einen arschlöcher wird was ist hier um das geht freiglich jetzt kann auch ohne gut das überraschen also ich bin zwar alleine unterhalter ist ja nichts neues ja ich denke mal persönlich es wird auch nie mehr allzu lange das projekt gehen habe ich irgendwie so im urin alles nur weltausbesserung jetzt gerade näher so mal gucken was man gegnern so kommt man sieht ja irgendwie allerdings die twins waren jetzt zum beispiel auch keine bosselmeer golem haben wir auch schon die wird man eigentlich noch mal machen hässchen hat einen epileptischen ja ich werde ich gleich mal ansprechen wegen dem golem noch mal ich gehe dann auch gleich noch einen dschungel die würde ich eigentlich noch mal machen mit ihm also mit sogar die arschlöcher die seine mit aufhören also ich bin ich mich nicht mehr da ich bekomme es noch gar nicht mit dann wird er mir getötet die arschloch so so Tütt das ist ein Wettbewerb Pauli nicht ich warte auf dich so und du wirst nicht gehofft mich schadenfreudig hatte reise die Welt wenn ich recht habe aber man glaubt es mir nicht und denn ein paar Wochen später kommt man zu mir du hast sowas von Recht so ist das das ist bei mir vorhin auch passiert kann da was für mich es kam etwas was ich schon hab womit hab ich den Geist jetzt schon gefeift haben wollte in den Flügel? ne noch nicht gleich zu stärker als meine was nimmt auf hier ich wollte euch eigentlich nur anquatschen wegen Golem das ist halt ziemlich schnell wurde mach mal nachher gut da wollte ich heute noch wurde soll oh ne ne gut ich geh sowieso schon ich hab auch einen Paum haben wir jetzt bekommen ja klar fühlt sich jetzt cool der Magma Stone kriegt fire damage und attack kannst du ja kaufen oder Milch schmeißen was dem Pona Magma Stone davon haben wir unzählig viel versuch zu verkaufen wenns nichts geht dann gehts ihm ist auch logisch ja ich bin zu blöd die scheiß Pumpe da reinzuschmeißen auch nichts neues so ein Auge äh Thünn Auge haben wir schon mal ob das Schwert auch so Schaden macht oder nur die Kugel was hast du für eine pickaxe okay das Schwert macht auch Schaden nicht grad wenig ich bin jetzt im hippiewald nicht mehr weit vom Dschungel entfernt hab ich ja den Adamantitofen äh ja müssten wir eigentlich ja und ich weiß jetzt hast du so lange gefehlt hier in diesem Elbeweg dann war das schon öfters dabei leider leider weniger ich hab's nicht vermisst wenn ich ehrlich bin es wird bald wieder Nacht aber in dieser Nacht wird jetzt nicht gekämpft sterben wäre nett danke warte mal das hat ihn jetzt reingelassen dunkle Scherbe braucht ihr jetzt äh sucht einer noch von euch den Scherben da ich glaub nicht ne hä das ist eine Scherbe? dunkle Scherbe von den komischen Mumien da ach so diese Dark Shards nö okay dann schmeiß ich sie weg dschungel dschungel ich bin endlich da und hier ist der Painter warum ist der Painter bitte schon im Dschungel ich versteh's immer noch nicht warum hat er sich da eingenistet ach Gott bin ich behindert und dämlich ach das wissen wir alles von ja aber ich hab's grad wieder neu ähm rausgefunden rausgefunden ähm d 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 weiß nicht was abgeht welches machte mir licht kein excalibur macht ja herzlich das hier noch nutze ich habe eine exe oder hat sich überhaupt ein oder was war er hat ja du hast es so ein der war wie sie aus das weiß ich nicht weil ich habe ja eine pickaxe ich glaube ich mein hammer ich hab noch ein bisschen zeit das ist ein pirat haben wir schon mpc piraten bei uns oder was ist mir neu oder weniger mal gucken was er so anbietet und explosions barney okay den muss ich mir gleich kaufen jetzt ist es nicht gut habe ich schon getestet was macht ich kaufe mal ein musste aber auch noch zu kennen kaufen die passt mein gott er wir brauchen jetzt mal diese sonnenfinsternis und drei stück davon was er blöd ich hätte mit tracks genau auch nicht so wie schon die ganze zeit meine frau die wir irgendwie auf einmal im inventar drin die feine brauchen mein gott war das ganz verwirrend ehr guck die ganze zeit nicht mehr dann kommt er wo wie weit ist es denn noch entfernt muss man kurz gucken karte sagt xx guys moment ich suche nach dem scheiß der moderne wir folgt ihr eigentlich den guide noch quälen und den nummer töten und immer töten der für sich ja bestimmt schon wie candy aus hausbau rösser was hat der wachstum leben wasser ja ich bin ich nicht so weit so weit so weit leise ja bitte nein du musst aus es ist genau das gleiche was ich gerade gegeben habe wie die hemdwäcks in pickaxe form da e die drehen nicht okay was war ich kippe den du ab mein Gott ich fühl mich grad so dämlich ich fühl mich ein Hielchen wenn wir uns rein schmeißen wenn wir gibst und die Wunder reinschmeißen ich hab noch keine ich suche schon die ganze Zeit nach so einem Vieh der ist einer ich hab heute sehen das ist es auf jeden fall nicht aber warte mal so ein live fruit habe ich jetzt eben aufgesammelt mal gucken ob ich jetzt ach 2 sogar als habe ich 415 leben ich auch schon ach so ja ich kann hier die gründen leben dann bist du 500 leben haben ja aber du musst ewig lang kommen da habe ich kein bock drauf naja eigentlich brauchst du ja nur 20 solche Teile ich mal wüsste wie die aussehen ich sammle die nur nebenbei aufhören noch weiteres wird zu finden diese scheiß Dämon alter wie viel mal zieht es bitte schön ich bin normal ja wahrscheinlich weil es zu schnell ist alter ach das geht aber durch leute durch ih so ne Motto ist ja langweilig 1000 Leben haben die butterfly dust ok das ist mal wieder was interessantes ups da hab ich mich grad ein bisschen überschätzt ich hab schon wieder magic dagger bekommen oh Minus kommt ihr mal ich ne ja ich komm mal wieder hoch kann ich erstmal alles verkaufen willst du jetzt schon mal einen boss machen oder was ja ich will aber erstmal verkaufen was hast du zuerst da verkaufen nein nein wir müssen besiegen ich hab jetzt da unten um die 92 gold ne 32 gold gefarmt er kann nur dass ich die cloud wall vorher nicht abbauen konnte das ist ich hatte kein hammer dachte ich die ganze Zeit das wäre ein hammer hier ey damn idiot ja aber der bell komische fische ach scheiße stimmt ja du machst ja den boss echt mach ich ich komme wo war hier die honigabteilung ich bin im Haus schön dass unsere NPC sterben er hat was gegen mich er hat echt was gegen mich